Yo Brackos, was geht ab und wir kommen endlich wieder zu einem Video auf diesem wunderschönen Kanal. YeahWaterGaming wird wiederbelebt, ihr wisst warum, FIFA 22 kommt raus. Ich streame heute, merke euch das, um 18.30 Uhr auf Twitch bin ich live und wir fangen an FIFA zu zocken. Ich bin richtig gehypt, aber bevor wir in FIFA 22 starten, haben wir eventuell nochmal den Liga-Titel geholt. Im Pro-Clubs, ist zwar so spannend, bis zur allerletzten Sekunde, ich verspreche euch, ihr bereut nichts. Lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da, ja, schaffen wir vielleicht hier die 50 Likes, würde mich extrem freuen. Und kommentiert mal, ob ihr euch FIFA 22 holt. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, heute Abend, wie gesagt, 18.30 Uhr, Peace. Amel, zweite, geht zweite Amel. Und rechts. Niemals. Komm bitte Amel, Bruder. Na, was macht der? Abo, die kam. Allah, er macht völlig. Ey, das eine Zeug muss sein müssen mit der Ballrolle, ich schwör's dir. Direkt weiter, direkt weiter. Kommt ums nächstes Spiel, war auch letztes Spiel. Hier, Dicker, jetzt erstmal ein Schluck Jacky-Cola aus der Dose. Bruder, bitte nicht, bitte nicht. Ich hab schon den ganzen Tag Bock darauf. Was haben die für ein Start denn hier? Richtig hart, Mann. Bei dem Bock weißt du nie, was die machen. Aber hast einen. Ach, Bruder, hast einen. Ach, Bruder, hast einen. Genauso weiter hier, Dari. Schreie, Bruder, die sollen nicht quitten, ja? Das wär traurig. Hadouken! Ich weiß nicht, aber vor, die quitten einfach, Dicker. Ich würd mich gar nicht mehr freuen, weil wir sehen auf die Pokalfeherder nicht. Ich sehe ja diese K-Engels hier, wenn die deine Lister auf dieser Teil machen. Oh Gott, ey. Boah, die sollen im Körper geredet. Dann haben wir uns schon einmal weggeflohen. Ich sterbe gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hier konzentrieren kann, ja? Hey, konzentriere dich. Bitte, hab ihn kaputt. Ja, mein Sitz. Äh, mein Pitschi. Jungs, bitte anstrengen, Mohamed Wali. Hassan, geh den Jaffer. Jungs, ruhig. Klatsch. Schloch, längst am Tisch. Jetzt längst. Spielen, spielen. Bruder, wohin? 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 Wohin des Weges? Ey, Jungs, spielt doch mal den Ball. Wollt ihr mich ficken? Ey, ich bin da. Ruhig, Jungs, ruhig, bitte. Als ob man auf Twitch beleiden kann. Ich dachte, man darf das. Darf man nicht? Sei leise jetzt. Ey, Waller, komm mal. Das müssen wir doch mal Leute benutzen. Schieß mal jetzt einfach. Mein Gott, keiner will mit dem Ball passen. Wollt ihr mich ficken? Ich höre Waller, Jungs, ey. Geh doch mal, ich stehe die ganze Zeit gut. Ey, Mann, fick dich doch, ja? Geh doch, warum hoch? Ich stehe doch vor dir. Komm, Brat, deine. Ne, das ist ein Opa, wo? Ja, wo, ich würde es gehen, keine Ahnung. Ja, stark. Klatsch, klatsch. Abbrust du, ne? Ja, Brat, ja. Ich schwöre, wir können doch jetzt nicht. Ich kann doch jetzt nicht. Ich kann doch jetzt spielen. Busch, Kura zum Spiel, Dicker. Spiel den Ball. Was drehst du dich viermal? Wenn ich will, dreh ich mich 20 Mal im Kreis. Nein, hörst du nicht. Du bist doch ein Esslinger. Wirken da Türke. Klatsch. Abbrust du, abbrust du. Latsch. Du, ich hab den penetriert. Ich seh nichts. Ich hab einfach blind. Geh. 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 Alter, mach ihn allein. Haken. Haken, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Töken macht das so schön möglich. Bedank dich. Ich kann doch nicht schauen. Egal. Boah, ganz. Wala, heilt das auch so. Arda ist dieser Blaue, ne? Ja. Adamsen, Mann, Mann. Wala, Billa, Eckmeck. Ich schwöre, neunce Prozent. Wala, warum droh? Ich denke, du hattest es dir. Wala, Humor ist doch. Wala, am Ende des Tages zählt, wer das voll geschossen hat. Nein, mein Pass war das. Scheiß mal drauf, man. Wir sind ein Team. Huh. Wir gewinnen zusammen. Wir lachen zusammen. Wir weinen zusammen. Habi. Hey, Paul. Kein mehr. Wir weinen mehr zusammen. Ich würd sagen, wir sind eher depressiv, Digga. Perfekt. Gut, genau wer ist. Du bist abseits, Bro. Nein, nein, aber er nicht. Boah, sehr stark. Ich war so rückworn, hier, der Schade. Du warst nur halt dein Maul. Durch, durch, durch. Durch. Also direkt. Ein weiter, ein weiter. Mach ihn. Probi, die Ballrolle. Lupfer. Lupfer oder Ballrolle, ja? Na, schau. Ja, ich würde ja Lupfer sagen, Digga. Bei Ballrolle kann er den noch haben. Na, wenn er den Salat hat. Hintermann, Marcelo. Ich dachte schon, Digga. Ich wollte anfangen zu beleidigen, Schwester. Decken, Decken, Decken. Hadouken! Oh, mein Lieb-Grätschen. Oh, mein Lieb-Grätschen. Er hat uns gebumst mit seinem Grätschen, Digga. Schwere, ja. Khalo hat Beziehung mit Fiek. Güney, den. Ich habe den Türkei gemacht. Zwei Wochen war noch Araber. Fandom? Alles klar. Nichts, Wallah, wir sind im Game drinne. Wir dürfen jetzt keine Kucke bauen. Ja, ja, deine... Brr! Ja, nein, aber... ...kostet hat er eine Sonne, Digga. Oh, mein Gott. Ganz stark, Wallah. Schön an der Türkei, ja. Lauf, 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 lauf. Äh, Ullodok. Ach, oh, Digga, wie viel Üs habt ihr in eurer Sprache, bitte? Wallah, wie lacht rum? Öle, Öle. Öle ist gut. Okay, Wallah, jetzt nicht oft zu lachen, lasst mich essen. Brr, bitte, auf Wallah, bitte. Gar keine Uhrzeit, diese Sachen, Digga. Kann man schön, wir machen mal rein. Ja, ja. Bruder, ich war noch klar. Bruder, vor dir stand einer. Ja, ich war noch da angewiesen. Ich glaube, er hat das Prinzip nicht gefallen. Nein, nein, ich habe mir nicht gefallen. Ich habe nur... Ich habe nur... Ich... Gut dabei. Boah. Oh. Ich bin gekommen. Hadouken! Halt mal, Schnellow. Oh, hast mir einfach schlafen gelegt, ja. Jungs, dich alle auf einem konzentriert. Acht doch auf die Hintermänner. Sag das. Ruhig jetzt, Jungs, ruhig. Kalas, halt den Ball ein bisschen. Halt den Ball ein bisschen. Drückhol. Alter, ruhig, ruhig, Alter. Ruhig, 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 ruhig. Bruder, siehst du, dass VD ein Spieler ist? Alter, ich spinne doch hier, Bruder, ja? Steck. Ja, ist okay, Ecke. Ja, komm, noch 20 Minuten, Spielminuten. Komm, wir schaffen das. Oh nein, geht doch rein. Ja. Ecke, Alter. Oh mein Gott, aber... Hadouken! Ah, der ist geworden, ja? Komm, Marcel. Entschuldigung. Danke. Er hat den schon immer Kopfball-Pretzi-12. Oh, den hatte, den hatte, den hatte. Okay. Komm, komm, komm. Ja, ich bin nicht. Ruhe, 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 Ruhe. Hallo. Äh, Hadouken! Durchab, durchab, durchab. Durchab, durchab. Ja, jetzt fällt es noch. Ähm, Captain ist der L2-R2-Spieler, mein Mann. Ich mach, das ist aber nichts passiert. Er wird ein Elber bekommen, Morgue, einfach. Na, wundere. Anstatt Kassim wie ein Konter, Digga. Sag doch für Rundermänner, zwei Stück, Bruder. Na, komm noch näher, Morgue. Oh mein Gott. Y, Y, Y. Wala, Tarda stand so frei. Ich schwöre, Bruder, ich stand anders frei. Konkst du nicht, Bruder, ja? Ey, komm alle nach oben, alle treffen sich, alle komplett, let's go. Alle zusammen, ja, alle zusammen zurück. Ah, da, 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 da. Nein! Alla, ja. Ey, das gibt es nicht, 88. Jahr, das spielen die so gut raus, Alter. Kann nicht wahr sein, ja. Was sollte ich da machen? Ich schwöre. Kann nicht sein, Digga, es kann einfach nicht sein. Ich schwöre auf Gott, ich bin bei ihm einfach. Alle nach vorne, alles nach vorne. Alle nach vorne. Also, bei einem ersten Moment, der war es nicht mehr. Was geht? Ich komme andere direkt. Bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alles klar, alles ist er senza. Okay, aber Marco, ihm. Oh Gott. Ja. Alles nach hinten, alles nach hinten, Jungs. Komplett Pool, komplett Pool. Gretz, Fick, mach was ihr wollt. Es gibt 20 Rote Karten, Jungs. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Oh mein Gott. Valla, Valla, so Glück gehabt. Oh mein Gott. Ulan Arda, was hast du getan mit den zwei? Türken machen das unmöglich, erinnern wir gleich. Valla, ich bin offiziell am Arsch. Wie spät haben wir es? Es ist 6.24 Uhr. Wir haben den Titel geholt. Manfred, sag das in die Kamera, sag das in die Kamera. Fett euch, wir sind die Kings. Perfekt. Liga 1, ganz, ganz wichtig. Ganz stark, Jungs. Valla, ich kann nicht in den Kopf nehmen. Tite, 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 ihr hört den Titel. Champion, Champion, Ole Ole Ole. Champion, 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 Champion. Und jetzt, Jungs? Der Kapitän ist da, am Bukai. Ehhh, irrenlos, er hat nicht gezeigt. Ehhh, no, wir feiern mal, nügera. Valla, John auch stark halt. Es ist 6.25 Uhr. Ganz stark an alle, Valla. Dankeschön Jungs, sehr gut gespielt. Also wenn ihr mich bei Turnieren haben wollt, 20 Euro oder mehr nicht. Ich geb dir meinen Arsch, ich hab hier, kein Problem. Wir suchen noch Spieler für Pro Club FIFA 22, ja? Also ihr könnt immer gerne im Stream vorbeischauen, jeder kann sich beweisen bei uns im Team und vielleicht bist du dann sogar ein Stammspieler, also kommt vorbei und natürlich wird es nicht nur Pro Club geben, Ultimate Team, Weekend League, Packs, Kudas, Draft, alles! Also irgendwo! Ratko, seid mal ehrlich, was ein Video, es war so spannend!